Hallo zusammen, ich hoffe alle haben gute Laune, alle waren irgendwie in der Börse dabei und hatten ihren Spaß. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist Freitagabend und es ist 18.42 Uhr, wenn ich diesen Film hier anfange. Bevor ich ihn anfange, muss ich Ihnen das hier zeigen. Auf diese Liste kommen Sie, wenn Sie auf Google eingeben, was oder wer bewegt den DAX. Hier, wer bewegt den DAX. Und da sehen Sie, dass die SAP, die heute 11 Euro gestiegen sind, ja, der alte Chef geht weg, dann gibt es endlich mal eine Frau, die erste Frau im DAX, Gratulation von dieser Stelle, geht das Ding steil, ja, richtig steil, 10,74 Prozent und das alleine macht im DAX 124,6 Punkte aus. Das ist ein fettes Teil, das sollte man nie außer Acht lassen. SAP ist der schwerste Wert und die Allianz und die Siemens sind deutlich dahinter, aber auch hier seht ihr, die Allianz bei rund 6 Prozent waren allein schon 30 Punkte im DAX aus. Immer mal wieder auf diese Liste gucken, ich finde die ist sehr gut, durchaus hilfreich. Zurück zum Index. Eine absolut spektakuläre Woche, diametraler Gegensatz zu dem, was wir letzte Woche haben. Diese Kerze, vergessen Sie bitte hier, ich mache es mal ein bisschen größer, die ist, das ist die vom 3. Oktober, ja, ich habe es jetzt aber hier reingenommen, weil ich wollte das Tool hier wieder nehmen, weil ich mit dem Trader Fox ziemlich gut klarkomme. Sensationelle Bewegung. Meine Idee von der letzten Woche war, dass wir wenigstens hier auf diesen Punkt gehen, die 12,1,40 rum. Das war die Unterstützung, die erste, die dann vehement mit Brachialgewalt genommen wurde. Den Donnerstag, den wie gesagt, den können Sie bitte hier vergessen, deswegen haben wir aber trotzdem am Freitag diesen Hammer gehabt. Und das allein war schon eine große Hilfe, aus dem Band raus, ins Band rein. Und dann nimmt er die Idee auf, gibt hier einmal noch einen Fuhler, lässt alle Longs raus und knallt nach oben. Ich habe heute eigentlich den ganzen Tag, ich war nicht den ganzen Tag da, aber ich habe heute Nachmittag geschaut, überall habe ich nur gelesen, Short, 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 ich bin short bei, was weiß ich, 12.400, der kann doch nicht so viel steigen. Natürlich kann er. Der Markt kann alles und der Markt hat immer recht. Und jetzt haben wir eine ganz besonders interessante Situation. Wir haben in der Nähe des Schlusskurses geschlossen. Wir haben auf diesem jetzigen Dreifachtop geschlossen. Oberhalb 20 und 10-Tage-Linie. Finde ich phänomenal. Die Technik hat noch so viel Platz über das MACD, da kommt erst durch heute ein Signal über die traditionelle Sichtweise. Gut, ich gucke ja auf die nicht, ich weise aber immer wieder darauf hin. Das ist die Moderne hier über das Histogramm. Die Stochastik gilt für mich noch als im Neutralbereich positiv gestimmt. Schauen Sie mal, was aus der werden kann. Die kann hier komplett hier hochgehen oder sowas hier machen. Also der Markt hat Platz. Das muss ich ehrlich sagen. Es bedarf nicht viel und er überbietet diesen Bereich von 12.500 und dann haben sie sofort bei 12.600 die Verbindung aus dem oberen Band mit diesem High, was wir hatten am 25.07. Das kann der als Gap machen, als Opening-Preis. Also der Markt ist viel besser, als er den Anschein hatte. Vor allen Dingen an diesen Tagen hier. Natürlich ist das jetzt einer SAP auch sehr viel geschuldet mit den 124 Punkten. Gar keine Frage, aber sie haben es ja auch verdient. Es gab einigen institutionellen Support, zum Beispiel auch für VW. Heute auch einer der besten Werte. Da hatte sich Goldman gemeldet mit dem Ziel von 193. Die TUI sind angesprungen, die haben nichts mit DAX zu tun. Aber es gab einige positive Aspekte. Aber natürlich Reduktion des Problems mit dem Handelsstreit Amerika und China und Brexit. Ja, vielleicht gibt es ja doch eine Lösung. Ich kann das Wort Brexit echt nicht mehr hören. Aber es ist ja bald so. Wenn der Markt und diese Chance hat er und die sollte er tunlichst nutzen, diese 12.500 überbietet, hat der locker in 2-3 Stunden Platz bis zu 12.600. Support ist der erste, die 20-Tage-Linie bei 12.257. Und der nächste folgt dann, bitte nicht hier unten, der folgt dann so um die 12.000 rum, 11.900. Also der mag es gut. Der liegt gut. Das ist fein. Der hat Momentum. Der hat Kraft. Deswegen habe ich die Scheine auch dementsprechend ausgesucht. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, hier unten irgendwie einen Schein zu suchen oder unter der 200-Tage-Linie. Der Junge ist am Laufen. Und wenn er hier drüber geht, dann erleben Sie wahrscheinlich so etwas wie eine Art Buyer Stampede. Das heißt, hier liegen die Stops. Hier liegen sie und die nächsten liegen gleich hier oben drüber. Also ich habe auch überhaupt kein Problem zu glauben, dass der zu den nächsten 2-3 Tagen sogar eine 12.800 zieht. Habe ich gar kein Problem mit. Vor diesem Hintergrund muss ich nicht unbedingt hier hinten gehen oder hier runter gehen, um den Schein zu suchen. Ich habe den hier. Das ist ein 12.200er Schein. Im Moment mit einem Hebel von 46. Also keine kleine Geschichte. 12.210. Da sind wir hier. Da, wo jetzt die Maus ist. Unter dem Tief von heute. Oberhalb des Schlusskurses vom Donnerstag. Das ist die Kennnummer GB3Z0A. Ich hole mal meine Lupe ran, ob ich das richtig sage. GB3-Z0A von Goldman Sachs. Ein Open End Schein. Heilt völlig aus. Also wie gesagt, müssen Sie nicht hier runter gehen. Sehe ich keinen Grund zu. Beim Putt. Uh, da tue ich mich echt schwer. Weil ich sehe den Markt nicht negativ. Ich nenne ihn aber trotzdem Putt. Ein Putt würde ich hier oben drüber ansiedeln. Über der 12.657. Da muss er drüber. Weil, wie gesagt, mit dem Momentum, was der jetzt da dabei hat, kann der das ganz locker schaffen. In 1, 2, 3 Stunden. Handelstunden am Montag. Ich habe mich für den hier entschieden. 12.751er. Der ist zwar deutlicher dahinter. Würde also ein paar Stops abfangen. Aber hat noch genügend Platz, dass man den auch dann stoppen kann. Das ist ein 46er-Hebel-Moment. Ein unlimitierter Schein mit der Kennnummer GM0-BHY. 12.751er Open End Put von Goldman Sachs. Und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.